Emma ist einer der beliebtesten Mädchennamen in Deutschland geworden. Und das völlig zu Recht, denn damit können sie Königin werden. Ich stehe hier im ehemaligen Winterpalast der Königin Mutter Emma. Sie machte aus der herrschenden Monarchie eine dienende Monarchie. Und warum dieser Palast heute ihre Aufmerksamkeit verdient, das sehen Sie sogleich. Entspannende Musik Musik Musik